Was ist der Traurige-Männer? Mit Michael Brown ist er ein weiterer tödlicher Höhepunkt, trauriger Höhepunkt in den USA, in Sachen tödliche Polizeigewalt gegen schwarze Menschen erreicht. In den letzten vier Wochen, fünf Wochen sind insgesamt vier schwarze Männer durch die Polizei ermordet worden oder erschossen worden. Und wie gesagt, reiht sich ein in eine Jahrzehnte lange Polizeigewalt gegenüber schwarzen Menschen in den USA, aber nicht nur in den USA, sondern weltweit. Genau, und die Idee der Aktion ist eben Solidarität zu bekunden und vor allen Dingen auch zu zeigen, dass das kein isoliertes Problem ist, dass es nicht nur in den USA stattfindet, sondern eben auch hier in Deutschland. Wir haben Fälle wie Ori Jalloh, Mariam Saar, die alle ungeklärt sind, wo nicht klar ist, es gab keine Untersuchung oder wo lange, lange, lange dafür gekämpft werden musste. Über zehn Jahre hinweg es gab Tollsdrohungen und ähnliches wie bei Ori Jalloh, wo die Community sich dafür einsetzt, eine Gleichbehandlung vor dem Gesetz zu bekommen. Und entsprechend ist es unser Ziel, mit der Aktion zu zeigen, dass wir solidarisch sind mit den Menschen in Ferguson, dass uns Racial Profiling und Polizeigewalt auch in Deutschland betrifft. Und die Idee ist eben, das über eine Fotokampagne zu machen und zu zeigen, dass sie nicht alleine sind, dass uns das auch betrifft. Und wir haben eben auch mit anderen Ländern gesprochen, mit schwarzen Gruppen in anderen Ländern, zum Beispiel in Polen und in den Niederlanden, und probieren da eben Allianzen zu bauen, um zu zeigen, dass es eben auch in Deutschland kein isoliertes, auch in Europa gibt es andere Länder, wo das Teil der Realität von schwarzen Menschen ist. Wenn ihr auch an der Aktion teilhaben wollt, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, und zwar an office-at-isd-online.de und dort schicken wir euch dann die bereits zusammengestellten PDFs zu, die ihr dann einfach ausdrucken könnt und Fotos da mitmachen könnt. Genau, und dann auch wieder an uns zurück, wir stellen das gerne online oder Twitter, Facebook, all diese sozialen Medien unter dem Hashtag Ferguson's Everywhere kann man dann einfach mitmachen bei der Aktion. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.